Die Güstro-Card präsentiert Spielass. Ob Schreibwaren, Schulbedarf, Bastelmaterial oder Spiele, im Spielass auf dem Distelberg ist alles zu finden. Vor knapp 22 Jahren hatte Inhaberin Astrid Schmidke auf 60 Quadratmetern im Direktmarkt nur wenige hundert Meter entfernt begonnen. Heute präsentiert sie ihre Ware auf etwa 200 Quadratmetern am Eicheneck 6. Die Gewichtung der Bereiche ist allerdings in den Jahren immer gleich geblieben. Jetzt hat die Inhaberin mit den drei Mitarbeitern und einer Praktikantin aber wesentlich mehr Platz, um beispielsweise auch Laufräder oder auch Schulranzen und die verschiedenen Spiele zu präsentieren. Mitarbeiterin Katrin Burmeister aus Bützow hat im Geschäft gelernt, ist jetzt 14 Jahre dabei und liebt ihren Beruf. Ich arbeite einfach gerne mit Menschen zusammen. So dieses jeden Tag neue Menschen oder auch die Stammkunden, dass sie wiederkommen. So dieses, ne, ist so das, was es ausmacht für mich. Ich denke mal, dass von klein bis groß, ne, das ist alles da. Bastelsachen, Schulsachen, für die ganz kleinen, für die Babys, so die ersten Sachen. Den täglichen Weg zur Arbeit nimmt auch Astrid Schmidke auf sich. Auch sie ist in Bützow zu Hause. Der große Vorteil des Ladens sind die Parkplätze direkt vor der Tür. Das ist für Mitarbeiter wie für die Kunden enorm wichtig. Entscheidend für viele ist aber auch, dass das Geschäft Güstro-Card-Partner ist. Für Astrid Schmidke ist dies ganz selbstverständlich. Weil die Güstro-Card ein regionales Projekt ist und regionale Projekte müssen wir unterstützen. Das gehört sich einfach so als Handel. Es ist ja auch für den Handel und für die Region. Es wird sehr gut angenommen. Die Kunden freuen sich, wenn sie wieder ein Güstro-Card-Partnergeschäft entdeckt haben. Und es haben auch sehr viele eine Güstro-Card. Die Güstro-Card selber ist ja auch sehr aktiv in der Region. Von Anfang an war Spielast bei der Güstro-Card dabei. Es können Punkte beim Einkauf gesammelt oder auch damit bezahlt werden. Das könnte noch ein weiterer Grund sein, gerade hier Schulsachen und Bürobedarf einzukaufen. Astrid Schmidke ist sehr zufrieden, wie das Geschäft läuft. Ein Vorhaben allerdings hat sie noch nicht geschafft. Sie würde gern Bastelkurse anbieten. Dafür reicht bisher die Zeit nicht aus. Aber vielleicht gelingt ihr das mit ihren Mitarbeitern in den nächsten Jahren.